Kurt Tucholsky Wie mache ich mich unbeliebt? Da gibt es nun mehrere Mittel. Man kann einer Dame, die man ein Jahr nicht gesehen hat, sagen, man habe sie sofort wiedererkannt. Und wenn sie fragt, woran, antworten, An ihrem Hut, gnädige Frau! Man kann in einer Gesellschaft, wo der Hausherr Stahlhelm Vorsitzender ist, die Sowjets loben und außerdem dreimal von der Käsetorte nehmen. Man kann eine junge Frau, die man nicht kennt und die in anderen Umständen ist, fragen, wenn sie denn zu heiraten gedächte. Aber damit verschnupft man immer nur einen kleinen Kreis von Leuten. Und das ist nicht das Richtige. Wenn man ganz sicher gehen will, gleich eine ganze Kompanie auf Jahre hinaus zu verärgern, dann braucht man nur Witze über einen Stand zu reißen. Man tue es, gehe aber unmittelbar nach Begehung des Delikts außer Landes. Du darfst auf den Grafen von Henning sagen, er sei nur ein Ritter von der traurigen Gestalt. Du darfst auf den Postschaffner Krause sagen, er malträtiere seine Frau und verprügle sie jeden Abend mit einem neuen Bügeleisen. Du darfst auf den Kaufmann Lemle sagen, er sei ein böser Pedant. Darüber wird zu reden sein. Wenn du aber auf alle Grafen, auf die Postschaffner und auf den Kaufmannsstand etwas sagst und nun gar etwas Lustiges, dann verteile die Güter dieser Erde, Anzüge, Blumentöpfe und Zeitschriftenabonnements an deine Kinder. Ordne deine Schulden, Miete, Effekten und Zeitschriftenabonnements Nun ist ja verständlich, dass sich eine wirtschaftliche oder geistige Gruppe gegen die Beleidigungen anderer schützt. Aber schon die Schilderung ihrer Berufseigentümlichkeiten wird mit äußerstem Misstrauen betrachtet und Gnade Gott, wenn der Spaß gar etwas in die Einzelheiten geht. Die seligen fliegenden Blätter hatten so ihre traditionellen Heiligtümer. Die Zahnärzte, die weinpanschenden Wirte, die Studenten. Die Schwiegermütter scheiden aus. Es gab damals noch keinen Reichsverband Deutscher Schwiegermütter e.V. Ich möchte heutzutage nicht fliegender Blätterredakteur sein. Es regnete wahrscheinlich Boykotts, Beleidigungsklagen und Kontrahagen aller Art. Hier ist ein großes Tabu. Schade. Denn die Aufgabe des modernen Humoristen wäre eben nicht, sich spaßige Einzelfälle auszudenken, sondern den Querschnitt zu ziehen, die ungeheure Gleichheit, hervorgerufen durch die Zivilisation, aufzuzeigen, die vollkommene Konkurrenz selbst in den Gefühlen, die absolute Übereinstimmung aller Wesen unter gleichen wirtschaftlichen Bedingungen. In Amerika ist diese Art von Humor viel verbreiteter. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute da mehr Spaß verstehen, ob sie empfänglicher für diese Selbstironie sind. Jedenfalls lebt der Humor Stefan Leacox durchaus davon. Die Leser der Vossischen Zeitung kennen Arbeiten dieses Schriftstellers. Hier liegt die wirkliche Komik unserer Zeit. Ja, ja, aber sie dürfen nicht verletzend wirken. Nachmachen verletzt immer. Das wissen schon die Kinder, wenn sie beim Spielen den Murmelpartner bis zur Erschöpfung damit ärgern, dass sie ihn nachahmen. Und es trifft immer ein bisschen schmerzlich, wenn man gut nachahmt, wenn man echt kopiert. Bei uns darf man es aber gar nicht. Natürlich hat jede Gruppe ihre besonderen Eigentümlichkeiten, ihre Eigenheiten, ihre lächerlichen Seiten. Hier ist nicht die Rede von ihren wirklichen Fehlern, sondern gerade von der Komik ihrer Betätigung, von dem eigentümlichen Humor, der immer entsteht, wenn Leute eine Sache ihr ganzes Leben lang immer wieder tun. Da ist keiner ausgeschlossen. Die Buchhalter nicht und nicht die Redakteure, die Ärzte nicht und nicht die Modekaufleute, nicht die Schalterbeamten, die Bankiers und die Telegrafenbauuntersekretäre. Beim Schutzmann gesteht man dem Spaßmacher gewisse Rechte zu, bei der Marktfrau auch noch, beim Bürokraten auch, beim Schieber. Je verwaschener der Begriff, desto weniger stößt man an. Beim, ja, bei wem? Beim anderen. Denn bei jedem Gruppenspaß sagt der Angehörige der Gruppe unfehlbar, das ist ja generalisiert, das mag es ja vereinzelt jedem, aber ich bin jetzt 30 Jahre in meinem Beruf, bei mir gibt es sowas nicht, das ist eine Karikatur. Krach, grobe Briefe, Rechtsanwalt, Protest, beleidigt. Anders ist es mit Charakterisierungen von vorübergehenden Gruppen, der Reisende, das ist erlaubt. So hat L'Europe Nouvelle in ihrem Septemberheft eine reizende kleine Schilderung von Francie de Mimatre, kleine Katechismus des Reisenden, wo er sich über alles lustig macht, über den Reisenden, die Reisende, die großen Schrankkoffer, in denen durch die Treffsicherheit der Gepäckträger alles durcheinander purzelt. Er zieht über das Meer, den Wald und das Gebirge her. Jeder Absatz hört immer auf. Im Allgemeinen ist es dort mächtig kalt. Ja, das darf er alles. Sobald er aber präzise, konkret und genauer wird, dann geht's schief. Dahinter liegen ganz ernsthafte, soziologische Fragen verborgen. Ich weiß wohl, aber man sollte doch etwas weitherziger sein, denn der Humor der Einzeltypen, der Individuen, der schrulligen Sonderlinge ist dahin und vorbei. Was heute gilt, ist die Komik des Typus. Die Komik des ärztlichen Sprechzimmers, die Komik der Sekretärin, des Delikatessewarenhändlers, des Portiers, des Ministerialdirektors, des Schriftstellers, der Studentin. Ein scharfer Beobachter, der da aus Hunderten von gut gesehenen Typen den Typ herausschält. Der ist, wenn er auch noch Humor hat, ein Humorist. Und man sollte es ihm nicht so verdenken. Besinnen Sie sich auf diese Komiker, die manchmal auf dem Varieté eine Kammerzofe nachahmen, mit den Bewegungen, die alle Zofen haben. Denken Sie an Chaplin, der sämtliche Handwerker der Welt erfüllt hat und die allzu leichten, vor Mühseligkeit ein bisschen gezierten Handhabungen eines Friseurs, ebenso kopiert wie ein Mixer, der mit seinen Flaschen herumwirtschaftet. Darin ist schon leise Parodie, überlegener Humor und vielleicht auch Kritik. Dem Satiriker gab ein Gott zu sagen, was sie treiben. Man kann ja nun nicht gerade verlangen, dass der Großpapa, dem der Enkel einen kleinen Flitzebogenpfeil, in die hintere, untere Schlafrockseite bohrt, dem guten Kind auch noch ein Bonbon gibt, aber nicht gleich aufspringen und mit harten Gegenständen werfen. Die Würde muss es sich gefallen lassen, dass sie manchmal am Bart gezupft wird. Auch Bartlose haben einen Bart mitunter. Denn die moderne Sorte Humorist muss heute noch mit einem Schutzpanzer umhergehen. Gute Leute nicht schießen!